Liebes Internet, Frauen sind nicht wie Hunde. Das ist doch ganz klar. Hallo, ich bin Jens Herr Christ. Ich kann nicht verstehen, warum eine Diskussion darüber geht, ob Frauen wie Hunde sind. Denn offensichtlich ist das nicht der Fall. Jeder vernünftige Mensch weiß doch, dass Frauen wie Katzen sind. Frauen wollen immer in den Mittelpunkt stehen. Alles soll sich um sie drehen. Sie wollen immer als Prinzessin behandelt werden. Und wenn sie keine Lust haben, gestreichelt zu werden, dann haben sie keine Lust gestreichelt zu werden. Und im schlimmsten Fall kratzen und beißen sie dich. Also sind offensichtlich Frauen wie Katzen. Männer sind wie Hunde. Denn noch bevor das Frauchen die Tür aufgemacht hat, läuft der Hund durch die Wohnung und freut sich total. Bellt dabei herum und wedelt mit dem Schwanz. Außerdem widerspricht ein Hund seinen Frauchen niemals. Und alles, was das Frauchen macht, findet der Hund toll. Wenn ein Hund Angst hat und es nicht zeigen will, bellt er einfach laut rum. Und er beschützt sein Frauchen immer und überall. Also Frauen sind wie Katzen und Männer sind wie Hunde. Übrigens am Rande, das ist auch der Grund, warum sich Frauen und Männer nicht immer so gut verstehen. Weil Katzen und Hunde eine andere Zeichensprache haben. Aber das sei nur so nebenbei mal erwähnt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mal positives Feedback da. Und natürlich würde mich auch eure Meinung interessieren. Glaubt ihr auch, dass Frauen wie Katzen sind und Männer wie Hunde? Oder glaubt ihr vielleicht, dass Frauen wie Blumen und Männer wie Bienen sind? Ich wünsche dir jetzt noch Gottes Segen. Und deabonniert einen Kanal von jemandem, der Frauen mit Hunden vergleicht. Weil der hat offensichtlich gar keine Ahnung. Abonniert stattdessen lieber einen Kanal, der Frauen mit Katzen vergleicht und Männer mit Hunden.